Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die Sie zuvor hierher gebracht haben. Seid Ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr werdet sie alle entschärfen. Wenn Ihr das erledigt habt, könnt Ihr nach Hause gehen. Willst Du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Meinst Du? Nein, Herr Feldwebel! Das sind alles Idioten. Ein Haufen von Deutschen Vollidioten! Ich hab eine! Ich hab eine! Scheiße. Stopp! Du hättest mir sagen müssen, dass es noch Kinder sind, Ebbe. Fängst Du an, sie zu mögen? Wenn Du alt genug bist, um in den Krieg zu ziehen, bist Du auch alt genug, um Minen zu räumen. Boom! Denkt daran, was Sie getan haben. Lieber Sie als wir. Wiederhole. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komm wieder nach Hause. Ich komm wieder nach Hause. Ja. Das. Bis jetzt sein. Verstoßens cursen. Dad. �